Vor der Sonne habe ich erstmal frierende Pflanzen für Sie. Herzlich willkommen beim Wetter für drei für unsere drei Bundesländer. Auch heute Morgen musste man sich wieder warm anziehen. Die Eisheiligen haben in diesem Jahr ordentlich zugeschlagen. Allerdings heute war wirklich der letzte Morgen, der so kalt war. Marienberg-Hülleheide mit minus 6 Grad an vielen Wetterstationen, zum Teil auch in der Altmark und in der Oberlausitz Temperaturen in 2 Meter Höhe unter 0 Grad. Ja, eigentlich stehen ja die Eisheiligen im Kalender für den 11. bis 15. Mai. Allerdings das Wetter, das hält sich nicht immer genau an den Kalender. Dieses Jahr war es ein bisschen verfrüht, manchmal ist es ein bisschen später. Es gab ja die Kalenderreform, das heißt auch die nächsten zehn Tage bis zum 25. Mai kann es zu diesen Kaltlufteinbrüchen kommen. Klar ist es, so heißen die Eisheiligen. Das sind Bischöfe oder Märtyrer aus dem 4. und 5. Jahrhundert. Danach sind sie benannt, unsere Eismänner beim Wetter. Danach sollte es bis zum Herbst erst einmal keinen Frost mehr in Mitteldeutschland geben. Klar ist, die Wetterlage ist immer die gleiche bei diesen Eisheiligen. Aus Norden kommt Polarluft zu uns herein. Auf der Vorderseite von einem Hoch, was westlich von uns liegt und tiefst, die östlich von uns liegen. Wenn sich diese Wetterlage einstellt, was fast jedes Jahr der Fall ist, dann kommt es zu den Eisheiligen. Aber die haben wir nun wirklich überstanden. Denn heute kam der Wind schon aus Südwest. Am Morgen zwar noch nicht, aber jetzt in den Nachmittagsstunden. Da kommen zwar auch so einige Tiefdruckgebiete in den nächsten Tagen zu uns herein. Aber auf jeden Fall deutlich mildere Luft. Heute hatten wir es mit einem Zwischenhoch zu tun. Noch mal bis zu 11 Sonnenstunden. Die wird es in den nächsten Tagen nicht geben. Aber genauso hohe Temperaturen. Am Nachmittag zum Beispiel in Apolder 25 Grad. Weimar, Zwickau und auch Rochlitz mit 24 Grad. In Stasswirt 22 Grad. Also von dem Eisheiligen keine Spur mehr. Man konnte heute im T-Shirt den Nachmittagscafé trinken. Und so geht es auch erst einmal weiter. Auch die Nacht längst nicht mehr so kalt wie die letzte. Die Temperaturen gehen meist nur so auf 11 bis 6 Grad zurück. Vor allem Richtung Brandenburg sieht man noch häufig die Sterne. Ansonsten zieht es sich von Südwesten her durch das neue Tiefenmeer und mehr zu. Und vor allem Richtung Hessen, Richtung Bayern. Und auch im Werratal sind die ersten Schauer möglich. Auch im Harz kann es am Morgen die ersten Schauer geben. Morgen überquert uns dann eine Front. Das heißt am Vormittag vor allem Richtung Brandenburg, Oberlausitz und auch Altmark gerichtlich schönes Wetter. Hier steigen auch rasch die Temperaturen bis auf 22 Grad. Dann zieht diese Front von Südwest nach Nordost über uns hinweg. Zum Teil bilden sich dicke Quellwolken. Schauer und auch Gewitter sind möglich. Vereinzelt fallen die wieder kräftig aus. Bei dem einen oder anderen passiert gar nichts. Und vor allem in den Nachmittagsstunden lockert es dann allmählich von Südwesten her wieder auf. In den Bergen morgen so um die 13 Grad. Ansonsten je nach Sonnenschein 17 bis 22 Grad. Aber die Luft ist schon so ein bisschen sommerlich schwül, drückend schwül. Ähnlich geht es dann am Wochenende und in der neuen Woche weiter. Das heißt sommerlich, frühsommerlich warm, aber drückend schwül und wechselhaft. Ihnen einen schönen Abend. Bis später. Tschüss. Herzlich willkommen beim Wetter. Ja, wir hatten es heute mit Zwischenhocheinfluss zu tun. Zum Teil gab es 13 Sonnenstunden. Allerdings heute Morgen war es auch zum Teil wolkenlos. Und damit haben die Eisheiligen noch mal zugeschlagen. Zum Beispiel in Haldensleben, in Dessau, Rosslau und auch in Soland einer Spree gab es heute Morgen minus 1 Grad. Dann drehte der Wind und brachte deutlich mildere Luft. Heute knapp 25 Grad in der Polder am Nachmittag. Zwickau mit 24 Grad, genauso wie Rochlitz. Und mit den Eisheiligen ist es jetzt wirklich komplett vorbei. Die Strömung kommt in den nächsten Tagen aus Südwest. Allerdings bringt die nicht nur Sonnenschein, sondern man sieht hier so einige Tiefs, die sich zusammenbrauen. Und die haben Schauer und Gewitter, aber auch mild Luft im Gepäck. So muss man in der kommenden Nacht längst nicht mehr so frieren. Die Temperaturen gehen meist so auf 6 bis 10 Grad zurück. Es gibt Wolken und vereinzelte Schauer, die auch im Moment durchziehen. Aus Südwesten kommen noch ein paar nach. Bei vielen ist es aber trocken und häufig sieht man die Sterne. Morgen Vormittag wird es in Sachsen-Anhalt und in Sachsen zunächst noch freundlich sein. Dann werden die Wolken von Südwesten dichter. Erste Schauer ziehen auf. Am Nachmittag kommen die dann weiter nach Nordosten voran. Und vereinzelt sind da heftige Brummer dabei mit Platzregen, Hagelschlag und auch kräftigen Gewittern. Aber wirklich nur vereinzelt. Bei dem einen oder anderen regnet es nur, bei dem anderen passiert gar nichts. Und im Südwesten lockert es schon wieder auf. Ein bisschen schwül wird die Luft sein. 14 Grad in den Bergen gibt es ansonsten so 18 bis 22 Grad, je nach Sonnenschein. Ähnlich geht es in den nächsten Tagen weiter. Vor allem am Sonnabend-Nachmittag wird es häufiger regnen und kräftige Gewitter sind möglich. Die Temperaturen bleiben aber mit. Ihnen einen schönen Abend. Bis später. Tschüss. Herzlich willkommen beim Wetter. Ganz viele Fotos haben wir an diesem wunderschönen Tag heute bekommen. Zum Beispiel auch dieses fantastische Bild von einem schönen Sonnenaufgang. Allerdings war es da noch ziemlich kalt. Die Eisheiligen haben sich heute noch mal ins Zeug gelegt. Zum Teil gab es Frost in zwei Meter Höhe, zum Beispiel in der Altmark, aber auch in der Oberlausitz und vor allem in unseren Hochtälern. Tagsüber gab es dann verbreitet in Mitteldeutschland einen strahlend blauen Himmel. Wir hatten es mit Zwischenhocheinfluss zu tun. Bis zu 13 Sonnenstunden gab es. Und vielerorts sah es heute wirklich so schön aus, wie zum Beispiel hier in Jena oder auch zum Beispiel hier in Harzgerod. Und die Temperaturen, die konnten sich sehen lassen. Zum Teil gab es knapp 25 Grad, zum Beispiel in Apolda. Ähnlich mild geht es in den nächsten Tagen weiter, allerdings nicht mehr mit so viel Sonnenschein. Denn im Südwesten brauen sich immer wieder Tiefdruckgebiete zusammen. Die ziehen in unsere Richtung, bringen schwül, warme Luft, die aber zu schauern und auch Gewitter neigt. Auch heute Nacht sind vereinzelte Schauer unterwegs. Bei den meisten ist es aber trocken. Zum Teil sieht man die Sterne. Die Eisheiligen sind rum. Es wird längst nicht mehr so kalt. Die Temperaturen gehen meist so auf 10 bis 6 Grad zurück. Morgen Vormittag wird es in Sachsen-Anhalt und in Sachsen zunächst noch recht freundlich sein. Häufiger sieht man die Sonne. Aus Südwesten ziehen aber erste Schauer und Gewitter herein. Die breiten sich am Nachmittag aus. Vereinzelt sind da heftige Brummer mit dabei. Mit Platzregen, heftigen Gewittern und auch Hagelschlag, aber wirklich nur vereinzelt. Bei dem einen oder anderen regnet es nur kurz. Bei dem anderen passiert sogar gar nichts. Es bilden sich nur dicke Wolken. Und zum Abend hin lockern die Wolken dann im Südwesten auch schon wieder mehr auf. Ein bisschen schwül ist es draußen bei Temperaturen von 14 bis 22 Grad. Der Wind ist allgemein schwach unterwegs, außer in Schauer- und Gewitternähe. Da kann ja ordentlich auffrischen. Ähnlich geht es in den nächsten Tagen weiter. Die Temperaturen um die 20 Grad, mal Sonnenschein, mal dicke Wolken. Vor allem am Samstagnachmittag gibt es kräftige Schauer und Gewitter. Ihnen einen schönen Abend. Bis morgen. Tschüss.